Das lädt. Perfekt. Du musst jetzt gar nicht so deppen. Dein Verdienst. Ja, komm. Ja, auf jeden Fall. Ohne dich wird's jetzt nicht laden. Die U-Bahn geht direkt zum Mercy Krankenhaus. Da. Gute Idee. Hm. das ist wieder auf deutsch komischerweise sagte ich bereits ich nehme molly oh shit Der war schön. Oh. Wow. Wir haben kurz nach. da unten ist es noch eine medizin nützlich sein aus Nein! Anto! Oh! Oh shit! Er ist auf! Wie hab ich jetzt die Wildscher aufgeweckt? Wenn du da ein Licht angelassen lassen und dran vorbeigelaufen bist? Oder? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich. Hm. Ach Scheiße! Also wenn du schnell die Treppe runter rennt, hier ist er eher genau. Hört ihr schlecht? Das war ja toll! Das war jetzt sehr kurz. Ein bisschen. Hier haben wir einen Mitspieler. Nimm das Verbannzeug, Luis! Das war ja. 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 Das war ja so. Oh, ja. Baby. Ja. Mit der rosen Linie nach Noggen kommen wir nach Mercy. Hier liegt ne Waffe. Halt einfach die Stimme von Dr.Haus ne? Ich nehm Molly. Waffen! Ich hör eine Witch! Das Licht aus! Charger! Oh, da ist die Witch. Ja und du hast sie wieder angeleuchtet mit deinem Licht. Ne, ich war's. Stopp. Das war's noch nicht für dich. Steh auf, wir müssen weiter. Das würde ich mal unauffällig heilen. Ja. Uh. Oh nee. Ja. Nein! Aua. Ach ja, jetzt kommt noch ein Hunter. Ich doch nicht. Du hast was gut. Die Deckung. Ja, meine hat die Stimme von Dr.Haus. Was? Hehehe. Pro Wunder! Munition! Hier gibt's Waffen! Weil es hier wohl niemand weiß. Hier. Munition! Munition! M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! Granate Upsi Silvanas in bed Poliz 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 Rippt'n der Jockey noch, Alter. Oh Mann! Die Sache geht jetzt echt den Bach runter! Ah, ist er tot! Oh nein! Tut mir leid, Marvin. Ach, ist nicht so schlimm. Heute ist es nicht so schlimm. Tabletten! Ah, toll. Bam! Oh nee! Oh nee! Oh nee! Oh nee! Oh nee! Oh nee! Also, wenn du möchtest, kannst du wieder mitspielen, Marvin. Ja. Danke. Oh, das war ein Charger. Upsi! Ja, okay. Wem sagst du da? Oh, du bist so ein Trommel. Kommt, ist einfach runtergefallen. Da sitzt die Witch auf der Straße. Mir ist ganz ehlend. Im Leihhaus sind wir sicher. Im Schutzraum. Nein, die Witch nicht mehr. Nein! Oh, Mäuschen. Oh, ne. Im Schutz fahre ich's noch. Wollte mal testen, wie nahe ich an die Witch reinkomme, ohne dass sie... Aufwärts. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Was hast du sowas vielleicht vorher? Ja. Lade nach! Danke. Dann war's das. Viel länger. Halte ihn verdammt. Ich bin ziemlich verletzt. Treffer! Die hier brauche ich. Gussraum! Komma! Nichts wie rein! Verdammt! Oh nein, scheiß Ernst! Das ist echt irre! Glaub man's? Wir haben's geschafft! Huiuiui! Okay. Das ist wirklich ein... Das ist wirklich ein...